Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pizza Connection hier live aus Berlin. Jetzt hätte ich bald Liberty City gesagt, nein, natürlich hier live aus Berlin von unserem Standort Nummer 4. Beim letzten Mal hier ja diese Filiale Nummer 4 angemietet und zumindest schon mal teilmöbliert. Also man sieht hier wirklich nur teilmöbliert. Okay, die Küche steht soweit auch mal für das Anfangsstadium mit zwei Öfen, diesmal sogar die Steinöfen mit besserer Qualität. Allerdings ist uns dann das Geld ausgegangen und lasst uns hier zufolge noch ein bisschen weiter Einrichtung hinstellen. Und zwar, jetzt müssen wir natürlich erst einmal schauen, dass wir uns das überhaupt noch leisten können. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt mal erst einmal wieder auf eine Spur, ja, ins untere Preissegment. Also nicht in diese sündhaft teuren, sondern wirklich bewusst ins untere Preissegment, weil wir können uns wahrscheinlich im Moment noch nicht mehr leisten. So, Cityline, diese Tische, ja komm, da passen die blauen dazu, hoffe ich mal zumindest. So, na komm, ich tu mal hier hin. Na, wisst ihr nicht, was ist los? Na, geht doch. Muss mir mal erst gut zureden hier. Ja, wahrscheinlich, weil die Pflanze hier ein bisschen im Weg war. Wir haben ja diesmal bewusst versucht, ein bisschen für die Optik auch was zu machen. Ich glaube, hier muss ich nochmal ein bisschen anpassen, was die Tische angeht. Also der hier ist voll mit 2,2, der hat nur einen. Okay, dann gehen wir hier noch ein bisschen mehr an die Wand, stellen dann das Tischchen hin und können hier dann hoffentlich noch den zweiten Stuhl hinstellen. Jawohl, so sieht es doch schon mal hübsch aus. 2 von 2 und hier ebenfalls 2 von 2. Heißt, wir haben hier oben auf jeden Fall nochmal Platz für eventuell den Vierer. Hier ebenfalls und können hier noch irgendwie ein bisschen Deko machen. Wie sieht es denn aus von der Zufrieden? Hallo, was ist jetzt los? Jetzt mag er irgendwie nicht. Hat er sich jetzt aufgehängt oder was? Ne. Ah, okay. Jetzt hat er sich wieder gefangen. Gott, da hat er das Spiel einen kurzen Moment gehakt. So, wie schaut es hier aus? Ja, wir sind doch recht zufrieden. Vor allem dieser Wert hier freut mich. 90. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Wie war denn hier das Publikum? Lasst uns kurz gucken. Also, Kinder, Jugend, Geschäftsleute und Angestellte, die Arbeiter und die Senioren. Naja, okay. Arbeiter und Senioren. Ja, super. Das sind genau die hier, wo wir jetzt nicht so viel haben. Gut, der Wert ist trotzdem toll, aber ich denke, hier sind wir, ja doch, da sind wir recht gut aufgestellt. So, nichtsdestotrotz, lasst uns kurz den Blick werfen auf die anderen Läden, die wir noch am Start haben. Filiale Nummer 1. Wie sieht es da aus bei euch? Da haben wir ja einen Manager eingestellt. Der macht relativ viel selbst. Also, der, was heißt relativ viel? Wenn er Urlaub, wenn er einen Vorratsengpass hat, macht er selber. Wenn er Personalengpass hat, ruft er uns. Er ist recht freundlich, was das Personal angeht und er kauft selbst ein. Das bedeutet natürlich auch, wir müssen uns jetzt hier gar nicht mehr großartig hier um diese Nummer hier kümmern. Die Verträge hat er hoffentlich nicht gekündigt. Ne, die sind noch da. Das heißt, die Verträge ist bloß noch ein Vertrag eigentlich, ne? Genau, nur noch einer. Den Rest kauft er ein. Wie läuft es hier? Wie schaut es aus? Ja. Ja, kann man zufrieden sein, oder? Denke ich jetzt mal. Doch, kann man durchaus zufrieden sein. Das ist ja der einzige Manager, den wir haben, ne? Also hier in Charlottenburg, Filiale Nummer 2. Da haben wir noch keinen. Da müssen wir ja noch selber Hand anlegen. Da ist, oh, da ist ja von wegen, da ist nicht mehr alles da. Äh, äh. Ja gut, aber zum Glück geht er, was heißt zum Glück eigentlich nicht, ne? Eigentlich schade, aber im Moment geht er nicht viel, was Obst angeht. Aufgrund der mangelnden Nachfrage. So, bisschen Parmesan eingekauft, bisschen Mozzarella eingekauft. Dann geht's schon wieder. Aber ich glaube, wir könnten uns auch hier langsam mal Gedanken machen über den Manager, ne? Würde eigentlich Sinn machen. Würde eigentlich Sinn machen. Haben wir hier noch Verträge laufen? Das ist schade, man sieht hier halt von der Statistik her relativ wenig. Aber gut, ich meine, man darf nicht vergessen, das Spiel ist aus dem Jahr 1994 und da war das halt noch nicht so extrem. Okay, also wir haben schon noch ein paar Verträge, allerdings laufen die auch nicht mehr allzu lang. Also man könnte hier mal über den Manager nachdenken. Schauen wir doch mal, ob es jemanden gibt, der das recht gut drauf hat. Hm, der Mike Müsli, na ich weiß nicht. Der hat hier eigentlich recht gute Werte, ist allerdings nicht zuverlässig und im Management hat auch keine Ahnung. Hm. Der sieht doch recht gut aus. Er kostet aber auch eine Stange Geld, ne? Olli Olsen, ja komm, ich stelle mal ein, was soll's. So, zack, zack, jawohl, ui, Filiale Nummer 3 rein, die Vorräte nicht. Eieiei, okay. Also, Baustelle, Filiale Nummer 3, müssen wir dran denken, müssen wir hier ganz dringend was machen. Aber zuerst, wenn wir schon mal hier sind, so. Olli Olsen, kriegst du erstmal noch ein bisschen mehr, was, nein, ich will dich nicht entlassen, hör auf, ich will dir mehr Geld geben. Ach ja, ich muss jemanden auswählen, so, okay, so, jetzt aber. Sag immer dir mal 1200, dann ist er hoffentlich ein bisschen mehr motiviert. Ja, von wegen, also allzu viel hat das jetzt nicht gebracht. Ach, du schand. Kann ich den auf ein Seminar schicken? Ja, das geht. Mhm. Aber die kosten ja richtig Arsch, die Dinger. Und dauern natürlich auch, schaut euch das an. 7 Tage, 21, 56 Tage, ja komm. Boah, nee, komm, den lassen wir erstmal so hier. Passt schon. Aber wir müssen ihm natürlich sagen, was er tun muss. Also, einkaufen, ja. Handle es selbst, ruf mich und sei bitte freundlich. Ne, kumpelhaft nicht, aber freundlich. So, genau, so lassen wir ihn, alles klar. So, also hier ist erledigt. Raus hier und ganz dringend jetzt zu unserer Filiale Nummer 3. Die war hier oben irgendwo. Ne, das ist sie nicht. Hier ist sie, genau. So, hier klemmt es mit, nein, ich will nicht zumachen. Ich will hierher zum Einkaufen. Hier klemmt es mit den Vorräten, hieß es, okay. Also müssen wir hier, boah, 5 Mark, ihr spinnt, ey. 5 Mark, 6 Mark. Müsst ihr was, dann kauft mir hier. Wenn wir schon 5 Mark zahlen, dann bitte auch die beste Qualität. Auch wenn es eine Frechheit ist vom Preis her. So, hier, der Manager kauft schon wieder fleißig ein mit entsprechendem Rabatt. Denkst du mir natürlich gerne. Freunde, warum seid ihr? Oh Gott, bin ich blöd. Wieso habe ich nicht hier gekauft? Na komm, kauf mir da noch ein bisschen dazu. Mein Gott, ist das alles teuer. 8 sind für Spinat und 9 für Knoblauch. Also ihr habt es ja echt an Schatten, oder? Ne, Knoblauch kaufen wir hier. Aber die 8 sind Spinat, sind eine Frechheit. Ganz ehrlich, die 8 sind Spinat, sind bodenlos. Die gehen ja gar nicht. Ah, die ist egal, wo ich kauf, egal. Die sind überall so teuer. Eieiei, so, was haben wir hier? Fleisch auch schon wieder an der Grenze. Salami 8 Mark, uiuiui. Ja gut, haben wir aber auch schon teurer erlebt. Wir haben ja die Salami auch schon mit 25 Mark gesehen. Und ich dachte, also jetzt glaube ich es dann. Nichts daran verdient, Einkaufspreis. Absoluter Freundschaftspreis. Salami für 25 Mark. So, also jetzt reicht es hier aber hoffentlich wieder. Ja, aber lohnt sich hier ein Manager? Mal ganz ehrlich. Lohnt sich hier ein Manager? Sollen wir hier nicht zuerst nochmal umbauen? Vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Das Publikum ein bisschen mehr. Ne, was meinst ihr? Würde Sinn machen, oder? Komm, wir machen hier mal zu. Zack. Servus. So. Und dann wird das Ganze jetzt ein bisschen umdekoriert. Halt, das war natürlich schlecht. Ach Gott, jetzt geht das Blöde mit den Kerzen wieder los. So. Na? Oh Mensch, jetzt steht der Stuhl im Weg. Ein bisschen Fummelei ist es, muss ich gestehen. Das ist echt schade. Okay, war wahrscheinlich die Pflanze das Problem. So. So, die Glotze kommt weg. Eine Kerze kommt wieder hier hin. Dann kommt hier der nächste Stuhl. Na, so, jawohl. So, da sollten wir Platz haben zum Durchlaufen. Hoffe ich mal zumindest, dass ihr da Platz habt. Nachher ist der Tag schon wieder vorbei. Ei, ei, ei. Also ich sehe schon, wir müssen ganz dringend mal in Urlaub gehen. Unser Charakter macht es nicht mehr lang. Wenn es so weiter geht, wir müssen ganz dringend mal wieder in Urlaub gehen. So, jetzt komm, lass mich weitermachen. Was, wir haben ein Restaurant B&E Nummer zwei zu wenig Köche. Ja, okay. Ist in Ordnung, schauen wir uns an. Allerdings später, nicht jetzt. Jetzt haben wir keine Zeit, jetzt müssen wir ein bisschen umdekorieren. Okay, jetzt haben wir zumindest hier für die Mitte ein bisschen Platz gewonnen. Wo kommt die Glotze hin? Die können wir hier hinstellen. Dann haben wir hier unten. Passt da einen Vierertisch hin? Hm, ist die Frage, ne? Passt dann, oder sollen wir hier einen reinstellen? Ja, komm, wir versuchen mal hier was reinzustellen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Nein, halt, falsch. Da sind wir falsch abgebogen. Zwei von denen und ein von dem. So, den stellen wir aber so schräg rein, weil da haben wir, glaube ich, am wenigsten Platzverschwendung. So, das sieht doch nicht schlecht aus. So, dann brauchen wir natürlich noch wieder unsere Kerze, weil auf jedem Tisch hier in unserem Laden ist eine Kerze. So, sagt das Publikum. Ja, okay, hat sich nicht viel verändert, ist klar. Aber zumindest kriegen wir jetzt ein bisschen mehr rein. Ja, also ein bisschen mehr haben wir hingekriegt. So, zack, den Laden wieder aufmachen. So, und dann merken sie es auch schon. Oh, hier sieht es ja ganz plötzlich ganz anders aus. Oh, stören Sie mich nicht. Ja, okay, Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich dich angequatscht habe. So, der gefällt es nicht. Mhm. So, ich schmecke die Pizza gar nicht so übel. Ja, so ist recht. Alles klar. Also, dann nochmal ganz kurz Vorräte schauen. Ah, Äpfel. Okay, also müssen wir Äpfel kaufen. Und was war noch? Hier war etwas. Genau, da hat der Mozzarella gefehlt. So, jetzt kommt die Meldung, Äpfel sind verdorben. Ja, ein bisschen spät, Freunde. Ich habe in der Zeit schon nachgekauft. So, und Filiale Nummer 2 haben wir ein Problem gehabt, ne, hat er gesagt. Da haben wir mit Personal Schwierigkeiten. Oh ja, definitiv sogar. Was ist los? Ach Gott. Koch ist krank. Ja gut, mein Gott, also, sorry, wenn der jetzt einmal krank ist, dann okay, ist das traurig, ist schade, aber kauf du mal hier lieber ein bisschen nach, mein Freund. Ja, was soll ich machen, wenn er krank ist, ist er krank. Ich meine, das kennen wir ja, ne, jeder ist mal krank. Also, deswegen jetzt hier gleich neues Personal einzukaufen, das muss nicht sein. So, was haben wir hier? Neuer Virus. In der Computerszene geht ein neuer Virus um. Er macht sich dadurch bemerkbar, dass ein Haar aus dem Monitor herauswächst. Ach, je. Okay, zeitweise gibt sich der Virus als Chef Smart zu erkennen. Mhm. Na ja, ganz schön haarige Angelegenheit. Aber gut, soll uns nicht kümmern. Die Computer werden von 1994 erschrecken mich jetzt nicht unbedingt wirklich. So, lasst uns hier lieber kurz noch ein bisschen, was Unternehmen, am besten Leute einstellen, beziehungsweise, sagen wir, ne, komm, das machen wir noch nicht jetzt, sonst müssen wir bloß wieder Gehälter zahlen und das eigentlich völlig umsonst. Ne, aber wir können zumindest schon mal die Speisekarte herrichten. So. Haben wir aktuell noch nichts, also die Rezepte an den Mann gebracht. Auf die Speisekarte, ja, komm, langen wir mal hin. 11 Öcken und hier machen wir ebenfalls 11 so und machen wir auch 11. Ach, je. Ja, ist alles mühevolle Handarbeit, ne. Normalerweise muss man doch da sagen können, ja, komm, jetzt nimm mal alle Rezepte, die wir haben, zack, schwupp, copy, paste oder sowas. Nein, das geht hier leider nicht. Ich hab's schon gesagt, 1994, damals waren wir noch nicht so weit. So, alles 11, gut. Dann kaufen wir noch ein bisschen was ein, dass wir zumindest schon mal eine Grundausstattung haben. Und den Laden hier kennt ja auch noch keiner, ne. Wenn jetzt alle überrascht sein, was, schon eine Pizzeria ums Eck, super, klasse Nummer. Boah, ich will nicht 30 Mark ausgeben für blöde Steinpilze, ey, ne. So, dann geben wir über 16 aus, das ist auch eine Frechheit. Aber gut. So, der Tag ist wieder um, 17.20 Uhr, ja, und jetzt wird's echt dann langsam mal Zeit für Urlaub, liebe Freunde. Ich weiß, ich quatsch bloß rum von wegen Urlaub, ich mach keinen, ja, ich will die Filiale hier noch an den Start bringen und dann, mein Gott, Nummer 2, zu wenig Köche. Jetzt krieg ich dann gleich einen Larry, du echt. Was ist los, Mensch? Wie lange ist denn der krank? Hm? Boah, ist doch alles gut. Der ist doch gar nicht mal krank. Dann tust du was auf den Augen, oder wat? Wir haben keine Vorräte, kauf mal lieber ein, Mensch. Einkauf bei Bedarf. Ja. Ja. Der Vertrag mit Gemüse-Grunewald ist abgelaufen. Ja, mhm, ist abgelaufen. Würdest du bitte mal einkaufen, Junge? So, Manager 1 kauft ein. So, kommt hier noch was? Nee, nicht, gell? Ha. Sapperlott. 37, Motivation. 38, also. Ich schaue es mir noch ein bisschen an, aber irgendwann, mein Freund, bist du fällig. Ne? Irgendwann, wenn das so weitergeht, fliegst du raus, gnadenlos. Weil du verdienst bei mir ein Schweinegeld, dann solltest du ja auch deinen Job machen. Da verstehe ich keinen Spaß, da bin ich, ne? Da bin ich gnadenlos. Kriegst ein gutes Geld, dann will ich auch Leistung sehen. Wir sind ja ja kein Auffangbecken, ne? Dass man bei uns einfach bloß die Kohle einstreicht und dann nichts dafür tut. Also das, das muss nicht sein, liebe Freunde. So. Dann brauchen wir hier eigentlich bloß noch Personal, ne? Aber da, wie gesagt, haben wir gesagt, da warten wir kurz, bis die Wochenabrechnung durch ist, weil das Geld sparen wir uns doch lieber. Aber müsste ja auch relativ bald durch sein, also, ne? So, was steht in der Zeitung? Amiga Joker verhaftet, kennen wir schon, was macht die Werbung? Ja, wir haben immer wieder Zeit für ein paar Handsättelchen. So, und was wollte ich noch machen? Ja, ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht mal ins Waffengeschäft einsteigen können. Also, ne? Bewusst Waffengeschäft, dass wir woanders hinfliegen, zum Beispiel nach Moskau. Ähm, vielleicht, ja, dieses Klischee bedienen, da günstig einkaufen, ne? So, im, im Ostblock gibt es günstig Waffen, ja? Da, mal versuchen hier, ein bisschen was abzustauben und das bei uns dann hier in Berlin zu verkaufen. Dürfen wir uns natürlich nicht von den Staatsbediensteten erwischen lassen. Aber das wäre mal noch was, wo man ausprobieren könnte, ne? Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern das vielleicht machen wir es schon beim nächsten Mal. Mal schauen. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank an euch, wie immer, fürs Zuschauen. und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge hier bei Pizza Connection. Also, bis dahin, ne gute Zeit, macht's das gut und Servus. Ich sage es noch ein paar Sachen, die Servus zu machen. Ich sage es noch nichts. Also, wie oft weiß ich, bei Grieidelhoff.